Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ja, mein PC ist immer noch im Arsch. Das hier ist nur ein Provisorium und wenn ich ehrlich sein muss, erinnert mich diese Map hier ein bisschen sehr an Pixel Architekts alte Mini Survival Games Map. Also zumindest der Spawn erinnert mich ein bisschen daran. So, zumindest spielen wir jetzt hier gerade mal eine Runde Survival Games. Es geht auch gleich los und damit ihr wisst, was los ist, schneide ich euch jetzt mal ganz kurz rein, was mit meinem PC war. Hey Leute, ja, wie ihr wisst, ist ja mein altes Netzteil kaputt gegangen und ich habe das alte jetzt mal rausgebaut und mit mühevoller Scheißarbeit das neue eingebaut. Mein Gott, ihr glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist, diese ganzen Kabel zu verkaufen. Vor allem da oben links der CPU-Stecker, das ist wie schwer das ist, da ranzukommen. Ich muss sogar das da oben abbauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angekommen. Ich habe den Schalter hier schon auf angestellt. Es ist noch nichts passiert, zum Glück. Das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt werden wir diesen Knopf hier drücken und hoffen mal, dass alles funktioniert. Die Steckerleiste ist an. Ist an. Ja, okay. Ich nicht drücke. Ja, man sieht nichts aus. Okay. Okay. Okay, das ist nicht gut. Äh, warum piepst du das so? Ey. Okay. Das war ganz gut. Gar nicht gut. Warum geht der wieder an? Okay. Äh. Scheinbar haben wir ein kleines Problem. Ich bin gleich wieder zurück. So, und ihr wisst ja sicherlich, ich habe euch ja auch ein Video gemacht. Leider hat sich das Ganze nochmal ein bisschen länger verzögert, weil der Versand nicht rechtzeitig stattgefunden hat. Und, ah, nein, ich habe gar nichts bekommen. Verdammt. Nein, das sind keine Kisten. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich habe schon verdammt lange kein Swalbe Games mehr gespielt. Äh, das sind nur Tische, Tische, keine Kisten. So, hier können wir raus. Und ich glaube, die Map hier habe ich auch noch nicht gespielt. Mann, bin ich froh, dass ich da jetzt nicht raufgefallen bin. Und, ja, also, ähm, mein alter PC ist kaputt. Da ist nichts mehr zu retten. Das Netzteil hat ziemlich viel geschrottet. Ähm. Und deshalb muss ich gucken. Äh, deshalb habe ich mir einen neuen bestellt. Ähm, leider hat mit dem jetzt auch nicht alles so gestimmt, weshalb ich mir halt hier jetzt das... Der zeigt mir Frieden. Aber ganz ehrlich, es gibt in Survival Games keinen Frieden. Mann. Gleich, gleich killt er mich von hinten. Gleich... Nein, lass mich in Ruhe. Ihr geht weg. Hilfe, Menschen. Bloß nicht. Nein. Ja, zumindest bin ich jetzt hier in einem Provisorium. Ihr werdet es vielleicht auch schon ein bisschen an der Mikrofonqualität hören. Das ist jetzt gerade alles nicht so verrauschen. Ich habe mir hier nur notdürftig mal alles eingerichtet. Und, ja, ähm, gut, Goldschuhe brauche ich nicht. Die sind ganz okay. Ähm, den anderen, den lassen wir, wie gesagt, einfach mal so ganz unverschämt liegen. Nö, ich will nichts. Ich antworte dir jetzt auch nicht, weil ich nehme auf und ich will fair spielen. Ja, lass mich einfach in Frieden. So. Ähm. Verdammt, ich hätte eigentlich... Ich habe total vergessen, dass man hier seine Namen umbenennen kann. Also, ihr seht es ja im Chat, ähm, der möchte, der wollte mir was geben und ich hätte mich einfach umbenennen sollen. Warum habe ich das nicht getan? Ich glaube, das mache ich gleich. So. Ähm. Ich möchte da was essen. Und dann, wenn wir den das nächste Mal sehen, dann killen wir den auch. Ähm, weil ich glaube, der hat das jetzt kapiert. Dass ich hier gerade aufnehme. Und generell bin ich auch nicht so der Fan von Frieden machen, weil meistens ist es eh nur für Asche. Und dann killen die euch von hinterrücks. Oder aber... Ja, es ist halt jetzt auch nicht, äh, so gerade wirklich fair. Also, es kommt drauf an, was man macht. Ich meine, Teams sind ja auch in Ordnung, aber... Es kommt immer drauf an. So. Äh, ich muss auch gleich mein Inventar ein bisschen sortieren. Und ich merke gerade auch, ich habe mein Minecraft ein bisschen anders eingestellt, als ich es sonst immer habe. Aber ich komme damit eigentlich ganz gut, klar. So, hier ist niemand. Hier ist niemand, niemand, niemand. Dann müssen wir jetzt mal, ähm, hier auch nochmal gucken. So eine Hose und ein Helm ist schon mal ganz gut. Ihr seht es auch, ich verklick mich oft ein bisschen so ein wenig mit der Maus. Muss mich noch ein bisschen umgewöhnen, weil leider konnte ich das alte jetzt nicht sichern. Dieses Mausprofil. Und ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie viel DPI ich wo und wie eingestellt hatte. Deshalb ist es gerade auch ein bisschen komisch für mich. Aber ich, ich denke, ich komme damit klar. So, was haben wir hier? Ach, eine goldene Hose. Die ist auf jeden Fall besser als die Lederhose. Ähm, und dann machen wir uns hier mal gerade noch das Essen hin. Ich weiß, normalerweise macht man das Schwert immer auf eins, wegen Hotkeen und so und so weiter und so fort. Aber das mache ich jetzt alles mal nicht. Das ist nämlich einfach nur eine provisorische Runde. Lalalalala. Weil ich muss dann nämlich auch gucken, ähm, mit Catch It geht es auf jeden Fall weiter. Da muss ich gucken, wann ich das jetzt alles schneide, weil ich bin total im Rückstand. Also ihr werdet auf jeden Fall mehr Folgen sehen, als die anderen schon hochgeladen haben von Catch It. Falls euch das gefallen hat, ähm, dann müsst ihr, wie gesagt, äh, jetzt nicht, äh, denken, dass jetzt irgendwie dann ein Tag nur eine Folge kommt. Und also von Catch It, ähm, werde ich auf jeden Fall mehr hochgeladen. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, der PC, der geht bald rück, deshalb zurück wieder. Das heißt, ich werde, äh, Power rendern müssen, weil der wird halt ausgetauscht. Und, ähm, ja, ich muss gucken, dass ich das dann schaffe, von der Zeit her. Weil so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist ja das lange Wochenende. Dann ist der Montag auch noch ein Feiertag, aber dann muss der auch wieder zurück. Weil ich will ja auch, dass es relativ schnell geht, weil es lässt sich ja nicht verzögern. So jetzt sortieren wir ganz schnell das Inventar. So, hier ist niemand weit und breit, denke ich mal. Äh, so. Das hat nicht geklappt, auf den Baum zu hüpfen. Schade. Hier ist niemand. Dann gehen wir mal vielleicht wieder so ein bisschen in die Mitte. Es gibt ja nur noch sechs Leute. Äh, das TNT hätte ich mir vielleicht hier so hinmachen sollen. Oh, ich habe schon so lange echt kein Survival Games mehr gespielt. So. Warhotkin habe ich jetzt mittlerweile, denke ich mal, auch drauf einigermaßen. Äh, hier ist eine Giste. Nicht das TNT setzen, das wäre ein kleiner Fail. Ähm, so. Dann geben wir hier gerade mal unseren ganzen Leder-Stuff rein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so zielsicher mit der Maus, deshalb... Äh, verzeiht mir das ein wenig. Ähm. Steinschwert haben wir das, brauchen wir eigentlich auch nicht. Ganz ehrlich, machen wir den Stuff jetzt rein, da geht doch eh keiner mehr hin. Denke ich mal. Ansonsten, wir haben... Ne, wir haben kein Feuerzeug. Ähm. So, vielleicht ist hier auch... Oh ja, hier ist sehr, sehr viel Nützliches. Warum ich das jetzt mitnehme, weiß ich auch nicht, während ich die anderen Sachen da liegen gelassen habe. Beziehungsweise in die Kiste gegeben habe. Fragt mich nicht. Äh, lalala, hier ist auch noch eine Kiste. Oh, Fisch. Schönen, stinkenden Fisch für uns. Das ist auch wunderbar. Ja, und, äh, was ich halt sagen wollte, weil ich hatte eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel vor auf dem Kanal, weil ich wollte mich jetzt wieder richtig in YouTube reinhängen. Ihr wisst ja, es hat vorher bei mir nicht so mit der Zeit geklappt und ich hatte eigentlich so viel vor. Und das war gerade, das hat so richtig überhaupt nicht gepasst, dass genau da der PC kaputt gegangen ist. Ähm. Ich fand das so scheiße und ich finde das immer noch scheiße. Wie gesagt, dieses Provisorium hier kann ich halt jetzt nur zwei Tage lang nutzen. Ähm. Normalerweise baue ich mir meinen PC auch selbst, aber ich habe mir jetzt gesagt, okay, ähm, der ist auch sehr günstig. Und, deshalb erspare ich mir jetzt mal die Frickelei mit dem Selbstbauen. Äh, also aus den Teilen selber zusammenschrauben. Ähm. Ich weiß, manche stellen sich den auch zusammen und lassen den dann zusammenbauen, aber das kostet meistens auch wieder ein bisschen Geld. Und ganz ehrlich, äh, ich bin einigermaßen handwerklich begabt und auch, äh, für, für mich ist jetzt Elektrik kein, Fremdwort, ähm, und ganz ehrlich, nein, warum habe ich, ich bin doch dämlich. Warum habe ich das jetzt getan? Warum habe ich das getan? Warum? Warum? Das hätte ich jetzt so gut gebrauchen können, Mann. Ich bin doch ein Idiot. Das, das liegt alles jetzt hier an, an dieser Umstellung. Der hat uns nicht gesehen, perfekt, der hat uns nicht gesehen, dann, dann schleichen wir uns mal so an den heran und machen mal die Abstaubtechnik. Warum konnte ich den eben nicht treffen? So, machen, machen wir die Abstaubtechnik. What the fuck? Warum hat das eben geleckt? 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 Warum? Warum? Scheiß lecks. Okay. Äh. Der, ja, okay. Okay, also das werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen können, außer wir machen jetzt die Ultra-P, äh, die Ultra-Taktik. Ähm, ach, das ist der gleiche von Focher. Nein, 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 nein. Fair ist, wenn, wenn du mich jetzt einfach kämpfen lässt. Okay, äh, go. Ja, okay, so ist es unfair. Ja, dann, dann machen wir. Wer weiß. Du, ich sehe schon, du bist ein echter POF. Echt? Okay. Okay, von mir aus. Okay. Äh, ja gut. Wenn du so nett bist. Noch vier Minuten. Ähm. Achso, du tauschst jetzt deine Sachen aus. Okay. Alles klar. Äh. Go. Gut, dann würde ich sagen, äh, ohne. Mach, machen wir ohne Bogen. Du hast eine Angel, ich habe keine Angel. Ach doch, ich habe einen Bogen. Ach, ist ja jetzt auch egal. Mach, machen wir einfach. Los. So. Okay. Okay, okay, du rindst weg. Ähm. Versuchen wir dich mal zu... Ah, die Angel. Ja gut, die macht aber keinen Schaden. Die hat früher, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob die früher mal ein bisschen Schaden gemacht hat. Ähm. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Und es sieht auch gerade nicht so sonnherlich gut aus mit meiner Herzenanzahl. Komm, 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 komm. Komm. Ja. Halbes Herz. Alter. Okay. Boah. Halbes Herz. Okay. Ja, dann danke ich mich für das gute Spiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm. Und, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich gucke dann, dass ich jetzt die Catch-It-Folgen auch mal alle rendere und vielleicht auch so noch ein bisschen nebenbei aufnehme auf diesem Provisorium. Und dann, wenn der PC da ist, dann geht's wieder richtig los. Wie gesagt, ich habe einiges vor. Ich habe einiges geplant. Ähm. Weil ich habe jetzt wieder richtig viel Zeit. Äh. Im Vergleich zu vorher. Und die möchte ich einfach nutzen, weil YouTube macht mir immer noch Spaß. Nur, dass dieses unter Zeitdruck etwas machen, macht halt einfach keinen Spaß. Ihr kennt das sicherlich. Irgendetwas unter Zeitdruck machen zu müssen, ist nicht schön. Das macht überhaupt keinen Spaß. Vor allem dann nicht, wenn es ein Hobby ist. Ja. Dann bedanke ich mich. Und vielen Dank für euer Verständnis. Es kamen jetzt die letzten Tage auch ein paar wenige Updates, weil es hier halt drunter und drüber ging und ja, tschüss.